Ach du! Hey! Du musst mich diese Baubilder posten lassen, Mann. Der Meister selbst könnte sie sehen, weißt du? Aber folgendes. Wir wollen keine Witwenmacher hier. Nein. Also, bau deinen Wagen stark genug, um mit, der ganzen Power klarzukommen. Das ist Phase 2, okay? Hier, unser Nakai-san. Er war ein Streetracer, wie wir alle. Und jetzt? Reist er um die Welt, baut Wagen für reiche Kunden. Es stimmt. Ich bin ein Wahnsinnstyp. Hör lieber weiter deine Regenwald-Sounds, Manu. Ich hab gerade ein Bild gepostet. Hier, guck mal. Spitze. Ja. Wirklich spitze. Jetzt bleibt sie wieder die ganze Nacht auf, bis der Meister es liked. Ja, was dagegen, Mem? Hey, du verbringst schon so zu viel Zeit unter der Haube. Du musst wieder zurück auf die Straße. Fahren. Klar. Wir sehen uns dann, okay? Peace. Hallo, liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lead for Speed hier auf meinem Kanal. Wir haben ja gerade die Infos gehört von unserer guten alten Freundin. Aber bevor wir weiter mit der Story fortfahren, hab ich mir überlegt, wir muddeln unser BMW, den wir hier haben, ein bisschen mal um. Ich hab jetzt mal die kompletten Folien alle abgemacht, um einfach mal, ja, ich würde sagen, wir machen aus unserem Auto einfach mal ein Polizeiwagen. Ja, das kann man ja ganz schön machen. In NRW wurden jetzt auch die BMWs als Polizeiautos bestätigt und es war ja immer so, dass es eigentlich VW-Modelle waren. Jetzt hat man sich für BMW entschieden und wir müssen als erste Farbe natürlich ein bisschen Silber reinkriegen. Natürlich schwierig, das zu machen. Warte mal, das müssen wir auch mal ein bisschen so runternehmen. Ich hab eine kleine, aber sichere, ähm, wie soll ich sagen, eine kleine, aber sichere Vorlage mir rausgesucht. Ja, ich versuche es so gut wie es geht zu machen. Ich kann aber nicht versprechen, dass ich das hinkriege. Eher heller, ne? So, weil im Lead for Speed ist das eigentlich nicht dafür vorgesehen, aber ich würde es einfach mal lustig finden, sowas zu machen. Okay, wir brauchen erstmal, würde ich sagen, für vorne, rechte Seite, brauchen wir, äh, genau, da brauchen wir erstmal solche Streifen hier. Oh, die kann man ja größer machen. Kann sein, ah, die kann man nicht, kann man die nicht, warum hängt man, achso, mein Auto hängt ein bisschen tiefer. Moment, das ändere ich mal ganz schnell. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich bin noch nicht fertig. Wobei, das können wir auch später machen. Ne? Warte mal, oder ich verwerfe mal. Oh, jetzt muss ich die Vorlage nochmal bearbeiten, aber ist nicht schlimm. So, pass auf, wir machen mal, äh, oh. Verkaufen wir einfach, ja. So, haben wir verkauft, wir haben jetzt ein bisschen mehr Geld auf der Kante, aber ich wollte eigentlich genau hier, zack. Mutterhaube, genau, ich hier. Ne, ist auch falsch. Genau hier, zack. Ich habe davon mal ein bisschen rumprobiert. So, ne? Jetzt lassen wir alles erstmal neutral. Neutral. Ach, ich muss mal bestätigen. Okay, jetzt gehen wir zurück. Kann man nicht alle Folien löschen? Ah, das geht ja einfach. So, jetzt müssen wir die Farbe nochmal anpassen. Ne, warte mal. So. Erstmal die Farbe. Es muss ein bisschen heller sein, auf jeden Fall. So ungefähr, würde ich behaupten. So, ne? Da legen wir mal ein bisschen raus. Kletter auch. So, das hätten wir. So, jetzt gehen wir nochmal hier auf die Seite. Ich würde eher die, die schmal nehmen. So. Aber es ist immer noch nicht gerade das Auto. Ist ja blöd. So, warte mal. Das können wir ein bisschen größer machen. Das können wir eigentlich von vorne bis nach hinten ziehen. Warum ist das Auto denn nicht gerade? Was haben wir denn da gemacht? Oder ist es einfach so schief? So, da brauchen wir das nämlich in der Farbe Blau jetzt. So, da brauchen wir das. Hm, ist doch nicht so richtig blau. So eher. Aber es ist auch nicht dieser blaue Ton, den wir brauchen. Wir brauchen eher so einen blauen Ton. Okay. Kippen, drehen. Ah. Okay, guck mal, hier kann man den drehen. Oh, das ist aber nicht so präzise. So, dann schauen wir mal. Das geht ungefähr bis hier. Ne? Ja, so. Zack. Aber die Farbe generell vom Auto ist noch viel zu dunkel. Einmal. So. Können wir jetzt eigentlich das hier auch nochmal bearbeiten. Kann ein bisschen länger dauern heute, aber ist ja egal. Das ist so ein ganz komisches Blau, was sie haben. Das ist ja bei mir hier viel zu transparent. Warum ist das so? So, warte mal. So, ne? Ist ja cool, wenn man das jetzt doppeln könnte. Kann man das? Also die, 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 äh, dann kopieren praktisch. Okay, dann machen wir das auch nochmal hier. So. Ah, das ist ein bisschen blöd, dass man den nicht kopieren kann. Wenn es gehen sollte, dann schalst du mal in die Kommentare. So, habe ich das umgekehrt gemacht, ne? Ein bisschen größer. So. Das ist natürlich die Farbe innen. Ungefähr so. Das muss man mal gucken. Erstmal die Position wieder richtig machen. So. Ein bisschen höher. Okay. Hier können wir das auch ein bisschen höher machen. Wir können das ja so machen, dass es hier mit dem Licht abschließt. Genau. Wobei, warte mal. Wir können das ja eigentlich so machen. Guck mal. So ist ja sogar besser. Zack. Dann machen wir das hier auch ein bisschen höher. So, ne? Aber wir müssen es ein bisschen größer machen. So. Das ist doof. Achso. Man kann ja dann hier rüber gehen. Okay. So. Das ist ja jetzt die gleiche Farbe. Ja, ungefähr, ne? So. Das hätten wir schon mal. Okay. Vorne die Motorhaube ist auch immer blau. Die kann man... Sag mal nicht, dass man die Motorhaube nicht bearbeiten kann. Das wäre ein bisschen low. Und Scheibe? Die Motorhaube kann man echt nicht bearbeiten? Warum? Eigentlich ging das doch. Warte mal. So, pass auf. Hier fügen wir auch noch eins hinzu. Können wir das hier eigentlich nehmen? Ich erinnere schon mal die Farbe erst mal. Das dauert immer so ewig mit der Farbe, ne? Helligkeit war richtig, aber das ist so sehr blau. Warte mal. So. Können wir das jetzt auch drehen? Ah, guck mal. Kannst du einmal komplett drehen. Jo. Ups. Nein. Größer machen. Weil das muss eigentlich... Sieht aber irgendwie geil aus, ne? Wenn wir da vielleicht kein Polizeiauto draus machen, sondern wirklich die Karre nur tunen. Warte mal. Das muss eine andere Farbe haben hier. Das muss dieses Neon-Ding haben. Das können wir ruhig größer machen. Schwierig, das so perfekt hinzukriegen. So. Warte mal. Das hat dieses... Da brauchen wir dieses Gelbliche jetzt. Das sind so Neonfarben, ne? Ja, fast. Nur, dass es beim richtigen Polizeiauto nicht bis nach unten durchgeht. Wir könnten das natürlich dann auch... Ah, das geht ja nicht. Okay. Warte mal. Ich mach das nochmal. Muss ein bisschen knalliger sein. Das ist hier so ein schönes Neon-Ding. Aber das kannst du ja nicht machen. Das ist das beste Geld, was du kriegen kannst. So vielleicht. Aber die kann man nicht kopieren, ne? Das ist ein bisschen blöd. So, wir brauchen noch eine. Okay, dann drehen wir die erstmal. Die müssen wir auch komplett drehen, oder? Nee, die müssen wir gar nicht komplett drehen. Können wir nämlich auch so nehmen. Muss nur richtig in dem Winkel sein. Ja, genau. So, ne? Wobei... Nee, das ist nicht richtig. Können wir erstmal die Farbe machen, damit wir es besser sehen. Ah, ich guck mal auf Ideen, ne? So, gelb tun wir da. So, warte mal. Wir müssen uns das mal kurz angucken. Da geht's so. Müssen es weiter drehen. So, ist richtig. Jetzt muss es da anschließen. Na? Komm. Nee, auf der linken Seite ist es mehr an der Lampe dran, ne? Ja. Es ist... Ich arbeite dran. Eine Sekunde. Aber warum? Ach, warte mal. Ich weiß, warum. So, guck mal. So, jetzt verstehe ich's. Okay. Ich muss da auch erstmal hier wieder den... den... Blick für haben. Nee. Oh. So ist es richtig. Aber... Können wir uns, glaube ich, ein bisschen kleiner machen. Und jetzt wieder drehen. So ungefähr, ne? Ja. Schick noch rüber. Komm. Weil ich traue mich jetzt dick. So. Yeah. Ich finde, man erkennt schon ein bisschen den Polizeiwagen, wenn man so viel Fantasie hat. Okay. Ähm. Ist einfach nur mal just for fun, sowas zu machen, Leute, ne? Also. Ah, dann guck mal. Hier gibt's sogar... Wie geil ist das denn? Guck mal hier. Das passt ja perfekt. Okay. Da brauchen wir aber vielleicht sogar zwei für sonst... Oder? Das geht einmal komplett durch, ne? Ich würde echt zwei lieber davon nehmen. Guck mal. Hier eins. Das ist innen, ne? Ja. 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 Bisschen kleiner, aber... Das müsste eigentlich so sein. Ah, da brauchen wir mehrere für. Okay. So doof, dass man die nicht kopieren kann, ey. Ich sag's immer wieder. Okay. Farbe kann man ein bisschen ändern. So. Guck mal. Dann brauchen wir noch eine. Äh. Zack. Zack. Muss natürlich jetzt genauso groß sein. Aber ein bisschen kleiner, ne? Warte. Ist man der Winkel wieder richtig? So. Keine Ahnung, wie lange diese Folge gehen wird. Ah, noch ein Stück hoch. Komm. Zack. Ist jetzt zwar nicht genauso groß, aber man erkennt ungefähr, was es sein soll. Das Lied ist geil, ey. Guck mal. Jetzt gleich haben wir's. Zack. Ich mach jetzt mal nicht... Oh, warte mal. Das gefällt mir nicht. Das muss schon richtig sein. Na komm. So. Oh, nein. Ich dachte, wenn man rausgeht, dann speichert er das. Boah. Ohne Witz, ne? Ich bewege ganz langsam den Stick und dann... Ja, komm. So, jetzt. Also, die passt gerade. Okay. Jetzt machen wir hier... Ne, warte mal. Das machen wir direkt auf der anderen Seite auch. Ah, das müssen wir auch noch da drüber machen. Yo. Oh, stimmt ja. Wir brauchen noch so eine. Äh, äh, hinzufügen. Zack. Ich mach's mal die Schnellversion. Zack. Äh, hinzufügen. Zack. So. Ein bisschen kleiner. Nochmal. Ich feiere den Song, der läuft. Der ist geil. Ja, das muss ein bisschen kleiner sein. Warte mal. Perfektion, liebe Freunde. Perfektion. Ich bin noch nicht zufrieden. So, jetzt ein ganz kleines Stück. Genau, das ist die Größe. Stück hoch. Zack, da ein Stück. Zack. Ne, noch nicht. Oh, das ist doof, dass man sich hier mit bewegen kann. Dass man das echt nur mit dem Stick machen kann. So. Okay, jetzt brauchen wir noch eins. Äh, 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 äh. Größe stimmt schon mal. Fast. Ich schiebe mir noch dran. So, yeah. Wobei, jetzt brauchen wir noch hinten eins, ne? Dahinter. Dann haben wir das nämlich abgeschlossen. So bescheuerte Idee muss man erst mal kommen. Ah, fast. Warte, ist die Größe? Yeah. Na, doch nicht. Sieht man das nicht mehr so gut wegen dem... So, okay. Die Seite hätten wir. Es sieht nicht perfekt aus, aber man... Kann schon eher ahnen, was sein soll. So, oh. Warte mal. Oh, das ist blöd, dass wenn man rausgeht, dass der das dann tatsächlich auch übernimmt. So. Auf einmal macht er das, weißt du? So, jetzt brauchen wir nämlich den hier nochmal. Und die müssen wir wieder Neon machen, ne? Neonfarben. Ist direkt da drunter, ne? So. Farbe ändern. Warte mal. Kann man schon mal komplett machen. Wie kommt das mit der anderen Farbe? Warum kann ich das... Ach, bei der Farbe kann man es nicht drehen, oder was? Kommt das ungefähr hin? Ah, da ist es ein bisschen mehr... Ein bisschen mehr farbvoller noch. Warte mal. Na, die Glätte kann man drin lassen. Na, ist auch noch nicht richtig. Das ist irgendwie... Der Farbton ist anders. Na, kann man es so lassen. Ach, darüber jetzt noch. Okay, das ist ja... Die Motorhaube, keine Ahnung. Kann sein, weil ich, glaube ich, die getunete Motorhaube habe. 18 Minuten geht das Video schon. Also, was mich halt stört, ist wirklich, dass man die Seiten nicht, ähm, kopieren kann. Warte mal, hier brauchen wir ja eher die Schmale. Oh, es ist ja die Schmale. Oh, warte mal. Jetzt habe ich hier Scheiße gebaut. Äh, die einmal löschen. Und die bearbeiten. So, da können wir schon mal die Farbe ändern. Ihr mögt ja Tuning so besonders, habe ich immer gesehen. Drehen. Zwei. Drehen. Drehen. Ja. Kleiner machen. Drehen. So. Ah, ist noch nicht richtig. Also, man kann es nicht perfekt machen. Ich sage es nochmal. Nö. Okay, einen brauchen wir noch. Aber mit der Musik ist echt geil, ey. Muss ich echt sagen. Großes Lob an EA für den dicken Soundtrack von Needless Speed. Leider wiederholen sich die Songs sehr oft. Was ein bisschen blöd ist, aber sonst ist es echt nice. Okay, die Seite hätten wir da. Also, da muss natürlich jetzt der Polizeischriftzug noch drauf und so. Oh, oh. Ich sehe gerade. So, das ist richtig. Das müssen wir da komplett jetzt auch machen. Das können wir ja später machen. Aber warum? Ich muss, glaube ich, die Motorhaube einmal switchen. Warte mal. Farbe stimmt ja. Änderungen speichern. Aber ich muss, glaube ich, einmal die Motorhaube switchen. Achso, ich muss speichern. Ja. So. Optik Tuning. Motorhaube. Wir haben sogar die Standard-Motorhaube. Achso, krass. Okay, die Motorhaube kann man tatsächlich nicht lackieren. Das finde ich echt ein bisschen... Warte mal. Nee. Also, die Motorhaube können wir leider nicht bearbeiten. Was ich echt schade finde. Ich ehrlich bin. Oder ich bin zu blöd dafür. Ja, das ist gelaber, kennen wir doch schon. Mach die Scheiße doch. Ich habe gar nicht gemerkt, wie schnell ich war. Dafür ist der Tacho da. Führerschein und Zulassung. Ich frage nicht noch. So. Okay. Ich glaube, die will Ärger machen. Muss auflegen. Aus dem Wagen. Oh, oh. Okay. Okay. Hier ist mein Führerschein. 2, etwa 24. 11,99. Warte. Brauchen Sie Hilfe? Ich will Ihre Hände sehen. Töööö, locker, Mann. Aus dem Wagen. Ah, ich habe was vergessen. Warte mal. Immer dieses Gelaber. Also, sorry. Aber die Gespräche über Need for Speed sind teilweise... Ach, hinten kann man es gar nicht drauf machen. Okay. Stehe. So. Jetzt machen wir noch die andere Seite. Juhu. Äh, da mache ich aber jetzt mal schneller. Zack. Zack. Bisschen kleiner wieder. So, Farbe anpassen. Das ist ein bisschen zu groß. Warte, ein bisschen kleiner. Say. Ich lasse das Video auch komplett ungeschnitten. Na, wenn sich das jemand komplett angucken möchte, wie ich das gemacht habe, der kann sich das hier gerne reinziehen. Auch wenn ich es nicht so richtig gut gemacht habe. Aber ich finde es für meine Tuning-Verhältnisse okay. Boah, das ist so... Nervige Arbeit hier. Aber ich finde es auch irgendwie geil. So, zack. Farbe ändern. Ein bisschen kleiner noch. Ein bisschen kleiner. Komm. Bisschen. Ja. Okay. So, sieht das doch super nice aus. Okay. Unten noch. Unten ist es ein bisschen breiter als oben. Haben wir schnell gemacht. Zack. Zack. Dann noch die Streifen. Und dann noch den Schriftzug drauf. Fertig. Können wir ja immer wieder weiter verbessern. Also wenn ihr Ideen habt, ruhig in die Kommentare posten. Ja. Okay. Okay. Jetzt kommen die Streifen. Das ist wieder die Fummelarbeit. So. Äh. Weil nicht die Farbe ändern. Zack. Aber es passt so geil, ne? Also das haben die echt cool gemacht. Dass sie wirklich solche Dinger hier auch eingebaut haben. Die brauchen wir auch nicht mal einfärben. Nur wie gesagt, das mit dem Kopieren nervt. Das sage ich aber gerne nochmal. Ich, warum gehe ich eigentlich mal raus? Ich weiß selber nicht. Ne, das ist nicht richtig. Warte, ein Stück runter. Ein bisschen kleiner. So. Genau. Yes. Ja, ist auf der anderen Seite wahrscheinlich ein bisschen kleiner geworden, ne? Ja, da sind die Dinger kleiner. Aber egal, komm. Kein Bock mehr. Ich wollte das jetzt nur so. Oder mal gucken, ob ich das gleich noch anpasse. Erstmal, dass man das Grunddesign dahinter erkennt. Ja, da sind die Dinger. Ja, da sind die Dinger. Ah, komm. Das ist... Guck mal, du kriegst das nicht richtig hin. So, sag mal. Du kannst es nur so machen. Okay, und noch einmal. Dann haben wir es. Machen wir die unteren vielleicht noch ein bisschen kleiner. Das muss ja perfekt sein. See. Welche sind denn das jetzt? Ist das das hier? Nee. Nee. Ah. Was soll man denn jetzt wissen, was man da bearbeiten muss? Das ist blöd gemacht. Hä, warum... Kann man die denn auch benennen, die Ebenen? Guck mal, das wechselt gar nicht durch. Ich habe keine Ahnung, welche Ebene das jetzt ist. Ist das jetzt immer die gleiche, oder was? Muss ja eigentlich die oberste sein hier, ne? Nee, warum denn die jetzt? Hä? Warte mal. Oh, ist das blöd, ey. Ich habe da keine Geduld für sowas. So. Müssen wir jetzt noch die vordere. Aber ich kann die leider nicht bearbeiten, oder? Ich muss die nochmal hier schräger machen. So wie gerade. Na, ich hatte es auch gerade. Warum ändere ich es denn schon wieder? Ich ändere es immer wieder. So. Okay, da ist es auf jeden Fall ein bisschen kleiner. Das ist jetzt ein bisschen scheiße. Und hinten ist es auch nicht richtig. Guck mal, der will die gar nicht aus. Seht ihr? Der will immer die aus. Ich kann die hintere gar nicht bearbeiten, wenn ich die hier nehme. Hä? Warum? Okay. Ja, dann ist es ein bisschen buggy. Das geht dann ja anders. So, vorne haben wir, glaube ich, alles richtig. So wie ich das sehe. Wie gesagt, eigentlich müssen wir die Motorhaube noch bearbeiten. Das haben wir hier auch. Wobei es hier besser gelöst ist. Da, guck mal. Da, guck mal. Warte mal. Ja, ist fast gleich. Hinten. Wie sieht ein Polizei oder von hinten aus? Blau einfach? Ich weiß es gar nicht. Könnte man da... Versuche jetzt mal in meinem Kopf zu erahnen, wie ein Polizei oder von hinten aussieht. Vielleicht... So, jetzt muss man wieder den Farbton finden. Der hier. Okay, das muss jetzt genau wieder stimmen. So, dann würde ich sagen... Also, sieht kein Polizei oder von hinten aus. Aber ich mache es jetzt einfach mal, um es einheitlich zu machen. Also, ich gucke mir das nächste Mal wieder was an. Und wenn ich dann weiß, wie die von hinten aussehen, werde ich das dann genauso anpassen für euch, liebe Freunde. Ich mache das jetzt nur vervollständigenshalber. Ne. So, einen brauchen wir noch. Äh, ne. So. Wo ist es? Da ist die Ebene. Okay. So. Brauchen wir auch die Farbe? Ich würde es viel schneller hinkriegen, wenn ich mich nicht immer verklicken würde. Ich weiß. Da ist die hier noch. Ja gut, ist das nicht so perfekt. Aber, man erkennt schon ungefähr das Grunddesign. Was mich halt sehr stört, ist, dass wir, wie gesagt, die Motorhaube nicht bearbeiten können. Zumindest geht das irgendwie nicht. Oder, warte mal ganz kurz. Was ich mal kurz ausprobieren will. Ne, es geht nicht über die Motorhaube. Guck. Ich kann ja nichts machen. Auf der Motorhaube kann man nichts machen. Oder, ach, warte mal. Guck da. Ach, so ging das. Genau. So, guck mal. Dann machen wir das so. Wobei, die ist ja komplett blau einfach, ne. Die ist ja in diesem Blauton. Können wir das ja ganz groß machen. Ja. Und die Farbe ändern. Stimmt ja. Man muss das oben bearbeiten. Entschuldigung. Haben wahrscheinlich schon 57 Leute in die Kommentare geschrieben. Kann ich die Farbe nicht vergleichen? Ne, das ist... Ne, das ist... Warte mal. Ich muss mal die Farbe vergleichen. Ja, ist ungefähr die gleiche, ne. Ah, ist ein bisschen dunkler hier. Warte mal. Die da, äh, die da oben, die muss ein bisschen dunkler noch. Bearbeiten. Farbe. Äh, äh. Ich werde die nehmen. Ja, die nehme ich mal ein bisschen raus. Dabei lasse ich doch drin. So, und jetzt brauchen wir noch... Äh... Die hier, genau. Die können wir ja drehen. So Die gehen eigentlich bis hier hin So, ne? Ja, okay Äh, Farbe ändern Ich weiß gar nicht, kann man die Skins hochladen? Dann würde ich das für euch hochladen Könnt ihr jetzt einfach mit der Polizei oder rumfahren Äh, so, nochmal Okay, Farbe ändern Yeah, so sieht unser Polizeiwagen aus, ja? Sieht jetzt nicht unbedingt aus wie ein Polizeiwagen irgendwie Aber ich find's, äh Find's cool, das mal ausprobiert zu haben Das mal so ein bisschen hinzukriegen Dann können ja noch Haben die eigentlich oben noch was? Wir können ja mal, äh Äh So, wir müssen eigentlich noch eine Sache machen Warte mal Was ist denn das hier? Bisschen kleiner So, genau Müssen wir immer die Oh Müssen wir auch noch die Größen anpassen hier Genau, es wird Yeah Polly Ja Polly Ja, ich glaub' ich muss, glaub' ich, alle Buchstaben noch einmal verrücken Ja Das passt ja nicht Polizei Wo ist der Z? Z! Oder passt das? Ja, ich glaub' nicht Ne, wir brauchen noch ein E und ein I Und das passt, äh, überhaupt nicht So Polly Z! E! 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 Ja Und ein I nochmal So, und dann müssen wir alle Buchstaben ein bisschen Rückkündern haben wir's Müsste eigentlich auf der Seite auch noch den Schriftzug drauf Jetzt krieg' ich die Größe nicht Und Ah So Okay, yeah So, pass' auf Wir verschieben die Buchstaben jetzt alle mal Fangen wir mal an mit dem P Ja, ich wähl' das P aus Und es ändert sich natürlich nix P hab' ich doch ausgewählt Nein, nicht das E Nicht das E Ich will das E doch gar nicht bearbeiten Du blöde Sau Ich will das P bearbeiten Guck mal, der will das Hä? Bin ich jetzt bescheuert? Achso, das sind Ebenen, die dann auswählt Aber ich will ja gar nicht die Ebene auswählen Ich will doch einfach nur Warte mal Ich mach' irgendwas falsch X muss ich X drücken? Ne Hä? Stück hoch wieder So, guck mal, du kannst das sogar drehen Okay Ja, passt auf jeden Fall nicht Aber ihr seht Wir haben ungefähr unseren Polizeiwagen hier nachgebaut In Need for Speed Ja Kann man das jetzt speichern So sieht der Wagen aus Ja, kann man ruhig mal machen Ist jetzt nicht so geil Eigentlich muss auf der Seite noch ein Schriftzug gehen Tralala Aber ich hab's jetzt einfach mal random gemacht Um euch mal zu zeigen, was man denn hier alles machen kann Und ich hoffe, es hat euch gefallen Macht einen Daumen hoch Und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Folge Wenn wir mit unserem Polizeiwagen hier durch Die Welt von Need for Speed Ventura Bay fahren Und ich hab' einen schönen Tag Icons Can drive you Push you to the edge And around here They will Inspire you For some Style is all that matters Others build Searching for perfection The fearless Always push the limit Or crave the thrill of the chase So I'm only right with their crew But all Do it for the reputation How you drive It's up to you How will they remember you? How will they remember you? That I'm right